Ich begrüße euch zu einem neuen Discord-Bot-Tutorial und heute schauen wir uns Models an. Was das ist, zeige ich euch mal kurz. Wenn ich hier zum Beispiel den Command model benutze, dann kommt hier ein Formular, wo ich einen Titel ausfüllen kann und hier irgendwas reinschreiben kann. Und dann können wir mit diesen Texten mehrere Sachen machen. Und ich habe jetzt als Beispiel einfach mal genommen, dass diese Texte dann in ein Mbit reingesendet werden, so dass User dann auch vielleicht einfach Mbits erstellen können. Und wie das Ganze geht, schauen wir uns jetzt im Code an. Als erstes fangen wir natürlich wie immer mit unserer Main-Datei an. Und ich habe hier wie immer ein leeres Cock erzeugt, das habe ich Model genannt. Und diese Formulare, also die Models, die können wir mit verschiedenen Methoden hervorrufen. Die erste Methode habt ihr eben gesehen, das wäre mit einem Slash-Command. Diesen Slash-Command nenne ich einfach mal Model und er bekommt nur den Save-Parameter und den Context-Parameter übergeben. Als allererstes können wir uns jetzt hier unten eine neue Klasse erstellen, das ist so ähnlich, wie wir das bei den Buttons schon gemacht haben, erstellen wir uns für das Model eine eigene Klasse. Die nenne ich jetzt einfach mal hier Tutorial-Model und die App von der Klasse Discord.UI.Model. Wie gesagt, wenn ihr euch mit Vererbung nicht auskennt, ist das nicht schlimm. Wichtig ist nur, dass ihr wisst, dass wir mit dieser Oberklasse hier unsere Models erzeugen können. Und wie bei den Buttons auch, müssen wir als erstes den Konstruktor machen mit dev-init. Und der bekommt neben dem Save-Parameter auch noch Sternchen-Arcs und Sternchen-Sternchen-KW-Arcs. Die Leute, die sich mit Python schon ein bisschen auskennen werden, wissen, was das ist. Wenn ihr noch nicht wisst, was das ist, das sind einfach noch zusätzliche Parameter, die man an diesen Konstruktor übergeben kann, damit wir zum Beispiel den Titel von dem Formular festlegen können. Und mit diesen Werten, die wir jetzt hier übergeben bekommen, rufen wir den Super-Konstruktor auf. Also den Konstruktor von der Klasse, mit dem wir unsere Models erzeugen. Das machen wir mit Super. Und dann rufen wir von der Klasse auch nochmal den Konstruktor auf. Und an diesen Konstruktor können wir jetzt auch nochmal genau dasselbe übergeben. Wenn ihr diese Zeilen jetzt nicht so ganz verstanden habt, dann ist das überhaupt nicht schlimm. Je mehr ihr euch dann mit Python beschäftigt, desto mehr werdet ihr wissen, was damit gemeint ist. Und es reicht, wenn ihr wisst, dass wir mit diesen beiden Sachen hier noch zusätzliche Parameter übergeben können, um dann zum Beispiel den Titel von dem Formular festzulegen. Jetzt gibt es mehrere Möglichkeiten, wie wir Textfelder zu unserem Formular hinzufügen können. Ich zeige euch erstmal die eine Möglichkeit, so wie ich das immer mache. Dazu machen wir erstmal hier den Konstruktoraufruf ein bisschen ordentlicher. Und können dann hier in dem Konstruktor unsere Textfelder hinzufügen. Das können wir machen mit discord.ui.inputText. Und der kann auch wieder ein paar mehr Parameter haben. Und zwar können wir da einmal das Label reintun. Also das, was da drüber stehen soll, damit der User weiß, was er da ausfüllen kann, sozusagen. Und weil der User ja erstmal den Titel von dem Embed festlegen soll, können wir hier einfach sowas wie Embed-Titel reinschreiben. Dann können wir noch einen Placeholder festlegen. Wie das aussieht, seht ihr gleich auch noch. Das nenne ich jetzt einfach erstmal Placeholder. Und das Ganze können wir erstmal ausprobieren. Da schreiben wir hier hinterher noch ein Komma. Hier oben bei dem Slash-Command können wir uns unser Modal erzeugen. Dazu erzeuge ich mal ein Modal-Objekt. Und das ist einfach diese Klasse hier unten. Ich habe euch ja gesagt, über diese Parameter können wir noch andere Sachen festlegen, wie zum Beispiel den Titel. Und der Titel vom Formular kann jetzt einfach mal sein, erzeuge ein Embed. Und als nächstes benutzen wir await ctx.sendmodal, um das Modal zu senden. Das tun wir dann natürlich noch hier in die Klammern rein. Und bei diesem besonderen Fall brauchen wir auch danach kein ctx.respond mehr. Also das hier ersetzt sozusagen das ctx.respond und sendet stattdessen einfach ein Formular. Wenn wir das Ganze jetzt ausführen und dann auf Discord gehen und hier Slash-Model benutzen, sehen wir, dass wir hier schon ein Formular bekommen, wo der Titel ist, erzeuge ein Embed. Und wo wir hier eine Sache einfügen können, nämlich den Embed-Titel. Wenn ich jetzt auf Absenden drücke, passiert noch nichts. Aber so weit funktioniert das ja schon mal. Jetzt können wir unten noch ein zweites Input-Feld hinzufügen, indem wir das einfach hier hinterklatschen. Das machen wir genauso wieder mit discord.ui.input-text. Und da können wir wieder ein Label festlegen. Das soll ja dann die Embed-Beschreibung sein. Dann wieder ein Placeholder. Den nenne ich auch einfach mal wieder Placeholder. Und die Beschreibung von einem Embed ist ja länger. Deswegen wollen wir jetzt nicht einfach nur eine Zeile Text-Input haben, sondern mehrere Zeilen. Hier seht ihr die verschiedenen Typen, die man machen kann. Und bei mehrzeiligen Eingaben haben wir drei Optionen. Ich nehme jetzt einfach mal long. Ihr könnt die anderen auch gerne ausprobieren. Und da kann ich einfach schreiben, style ist gleich discord.input-text-style.long. Hier oben habe ich das nicht gemacht. Hier oben wurde das standardmäßig auf Short gesetzt. Aber wenn wir was anderes haben wollen, dann müssen wir hier den Style setzen. Hier hinter kommt wieder ein Komma. Und wenn wir das Ganze jetzt starten und nochmal slash model ausgeben, dann sehen wir, dass wir hier jetzt schon einen Embed-Titel eingeben können, der ein bisschen kürzer ist. Und dann eine Embed-Beschreibung, die aber hier sehr lang sein kann. Damit das jetzt auch funktioniert, brauchen wir noch einen sogenannten Callback. Also die Methode, die einfach ausgeführt wird, wenn der User auf Absenden drückt. Dazu können wir wieder schreiben, Async-Depth-Callback. Das bekommt einmal Self und dann noch eine Interaktion. Das ist im Grunde so ähnlich wie beim Button. Wenn der User wo drauf drückt, dann bekommen wir auch die Interaction. So, und jetzt können wir hier oben auf diese Werte zugreifen, die der User eingegeben hat. Und zwar greifen wir auf den Titel hier zu mit Self.children. Self.children ist quasi eine Liste mit allen Input-Feldern. Und um auf das erste Element von dieser Liste zuzugreifen, also hier das erste Input-Feld, schreiben wir hier die Null. Denn bei Python-Listen fangen wir bei Null an zu zählen. Und bei den meisten anderen Programmiersprachen auch. Jetzt können wir bei diesem Input-Text noch auf verschiedene Sachen zugreifen. Wir könnten hier zum Beispiel auf das Label zugreifen oder auf den Placeholder. Aber wir wollen ja das, was der User eingegeben hat. Deswegen schreiben wir .value. Und hier steht jetzt das, was der User als erstes eingegeben hat. Und um das jetzt in ein Embed einzufügen, erzeuge ich mal kurz ein Embed. Mit Embed ist gleich Discord.Embed. Dann vergeben wir hier den Titel. Und der Titel soll ja genau das hier sein. Also das, was der User in das Titelfeld geschrieben hat, logischerweise. Die Beschreibung ist jetzt so ähnlich, nur dass wir statt Self.children Null.Value einfach hier eine 1 hinschreiben, um auf das zweite Textfeld zuzugreifen. Dann können wir uns noch eine Farbe aussuchen. Mit Discord.Color.Green zum Beispiel. Und dann müssen wir, wie bei einem Button auch, noch eine Antwort senden. Mit await interaction.response.SendMessage. Und da können wir dann das Embed reinkommen. Wenn wir das Ganze ausführen und auf Discord gehen und das nochmal ausführen, dann kann ich hier einen Titel eingeben und dann noch einen Placeholder. Und wenn wir auf Absenden klicken, sehen wir jetzt ein Embed, das grün ist und die eingegebenen Werte hat. Mit Formularen kann man natürlich noch ganz viel andere Sachen machen. Das wäre jetzt natürlich nur ein Beispiel, was man alles mit den Werten machen kann. Zum Schluss zeige ich euch noch ganz kurz eine andere Methode, wie ihr Formulare herbeirufen könnt. Einmal haben wir das ja jetzt über einen Slash-Command gemacht. Man kann Formulare aber auch über einen Button hervorrufen. Dazu können wir uns einfach mal einen neuen Button erzeugen, also eine View-Klasse. Wenn ihr dazu genaueres wissen wollt, schaut euch gerne mein Video zu Buttons nochmal an. Aber jetzt kommt das, womit wir das eigentliche Formular senden, was anders ist als sonst. Und zwar schreiben wir nicht awaitInteraction.response.sendMessage, sondern wir schreiben jetzt einfach awaitInteraction.response.sendModel. Das war eigentlich schon alles, was da anders ist. Und hier in die Klammern kommt jetzt natürlich die Modal-Klasse. Also TutorialModel. Und dem können wir dann natürlich auch noch einen Titel geben. Zum Beispiel erstelle ein Embed. Um diesen Button hier zu erzeugen, können wir uns natürlich auch noch erstmal einen Slash-Command machen, der dann den Button hat. Das habe ich hier schon mal vorbereitet. Und wenn wir das Ganze dann ausprobieren und hier den Befehl ButtonModel benutzen, dann sehen wir, dass hier ein Klicke hier kommt. Und wenn wir hier drauf drücken, dann sehen wir, dass das hier kommt. Und das können wir auch wieder ausfüllen. Und dann haben wir hier ein wunderschönes Embed. Das war es mit diesem Video. Wenn euch irgendwas unklar ist, kommt gerne hier auf meinen Discord-Server und stellt eine Frage. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann.